Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Super Mario Bros. 3 auf dem NES Ja, jedenfalls Deutschpatch von StarTrends Und findet sich bei den SNS-Projects in der Download-Datenbank Der Kibbel gibt sich da auch immer die allergrößte Mühe, alle Daten möglichst genau herauszufinden Finde ich eine klasse Arbeit Ist eine viel, 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 viel Arbeit Hm, was sind denn das hier für kacke Dinger, ey? Ups Und da kann man froh sein, dass es da jemanden gibt, der sich da freiwillig für sowas einsetzt Und sich das alles rein versucht herauszufinden und ausarbeitet und so weiter und so weiter Hey, der war cool, oder? Super sinnvoll Oh, komm schon Nein! Hätte ja klappen können Was macht der jetzt hier? Der macht Zumba Ach, er fliegt So Nice one Nice one Nice one Nice one Nice one Oh yeah Level 3 haben wir gar nicht gemacht Dann holen wir gleich mal noch nach hier So Hop Doing Ich dachte, wir schaffen es Weil wir noch 20 leben Ich probiere das jetzt nochmal Das muss gehen Die bauen das doch Ja Armer Bruder, werd fertig Du Sau Die, die zwei da waren das Die da jetzt die ganze Zeit so Rummarschiert sind Das geht tatsächlich nicht Aber wenigstens so Oh yeah Ist da Brin? Das ist ja gar nichts drin Das ist ja für ein Scheiß Ist da was drüber? Nö Da ist ja nicht mehr was drüber Bin ich ein blöder Anfänger Jetzt werfen die sich wieder Eine halbe Stunde durcheinander So Und nochmal Scheiß Ey, was ist denn das für eine Kacke, Mann Jetzt warte ich da Das ist ja voll blöd Los, werfen Oh Das ging auch schnell diesmal So Uiuiuiuiui Uiuiui Rött Das ist doch blöd Das braucht doch kein Mensch hier Uiuiuiui Uhoho So Das ist doch auch ganz einfach Die Level sind gar nicht so schwer Man muss sich nur mal vernünftig anstellen Ein Leben Juhu Ach ja Wart fertig mit Würfeln, Leute Ich bin mal gespannt Jetzt runter Also nach rechts Das heißt normalerweise Es geht vorwärts Nicht rückwärts Oh cool Hat sich richtig gelohnt So was hinzubauen, Leute Geil Äh, müssen wir wahrscheinlich das zweite Schloss, äh, äh Schaffen Und dann Föp-Topp auf einmal Eine Brücke errichtet Ich geh einfach mal so davon aus Nein, nein Nicht schon wieder so eine blöde Hüte 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 Oh Ja Go for it Go for it Kennt jemand von euch Ist jemand so alt Um das Protokoll Das Internet Dieses HTTP Vorläuferprotokoll Go for zu kennen Glaube nicht Ich kenn's ja selber nicht Cool Ich sterbe Ich sterbe Nicht Ja Sau gut Kurz klar Du hast eine Karte War das Super Mario Vielleicht noch Rom Die sich Am Anfang In den SRAM Initialisiert hat Ei 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 Hm Man weiß es nicht Man muggelt aber Gab's sowas überhaupt Beim NES Ein SRAM Also ein Save RAM Ja dann später Bei den ganzen Titeln Die speichern Aber das war doch kein Spiel Das speichert Also Blödsinn Was ich ja gerade Mir ausgedacht habe Hm Okay Auf in die Eishöhle Hui Das sind die typisch Doch die ja Diese beweglichen Steine aufheben Und dann auf einen Draufwerfen Ja Danke Bruder Ja genau dir Oh Mann Oh Mann Ich habe keine Ahnung Was ich machen muss Ach Ja Es fällt mir wieder Wie Schuppen von den Haaren Wir brauchen ja den da So fliegen zu können Wir müssen dann irgendwo An einer bestimmten Stelle Nach oben fliegen Zum Glück gibt es ja nicht So viele Stellen Wo man nach oben fliegen kann Was ist von hier Bin mir sicher Ah sieht doch gut aus Nein doch doch nicht Blöd Vielleicht hier Ist nicht da Geh kaputt Geil Na toll Hat es ja richtig Super gelohnt Da muss ich auch noch Das Ding mitnehmen Dafür Wie ich solche Level Hasse So was ist für mich Persönlich schlechtes Game Design Ganz ehrlich Yeah Yeah Wir sind so gut Alter Dann nehme ich mir einfach So ein P Haben wir noch ein paar davon Hm So Dann schieben wir uns da einfach Ein Das ist egal Du 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 Kommen wir uns mal den ganzen Level hier oben an Gucken was hier noch so Schönes versteckt ist Ein paar Münzis Oh 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 Hm Hm Quasi gar nichts Boah Ja genau Werfen ja So Komm, mach der hier vom Acker. Ich brauch nämlich das Ding, ja. Und jetzt gehen wir da hoch. Yeah! Hammergeil, du Assi-Vieh, Alter. Bah, ist das zum Bah! Danke. Komm, wir weiter. Los, noch einen. Ah, bist du blöd, Mann. Boah, ist das nervig, ey. Wer baut denn so eine Mist? Mann, das ist echt doch fuck up. Absolut, ey. Alter. Boom. Ist irgendwie die Viechters davon lichten? Den da auch. So, oh, den auch. Hö. So, sind die alles mal kaputt. Na, endlich, mein Herr, ne. We did it, man. So, Freunde. Also, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Let's Play Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Ja. Macht's gut. Bis dahin und tschau'sen.